Hahaha, genau, die Heimveranstaltung gerade hinter sich gebracht, sind Sie hier schon wieder in Kalka mit dabei und wir freuen uns jetzt auf Mr. Fergie Thorsten Spitz, der MF 1155, ursprünglich aus dem Jahr 1976, im Laufe der Jahre optimiert, 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 optimiert. Dann hatte er eine goldene Zeit, 2009, deutscher Meister, 4,5 Tonnen Sportklasse, im Jahr 2010 und 2011, jeweils ebenfalls mit Meistertiteln unterwegs, dann kam so ein bisschen so ein Loch, die anderen haben aufgeschlossen, aber sie lassen dieses Projekt nicht sterben. Ein V8 Perkins Motor, sitzt drauf, 8,9 Liter Hubraum, ca. 600 Wettkampf PS, auf geht's, Thorsten Schmitz, T-Sons-Spec, Mr. Fergie! Müster Fergie! Müster Fergie, den I-M-A-N-G-U-S, der I-M-E-S-T-A-N-Y-G-O! Mr. Fergie, Thorsten Schmitz, etwas leichterer Bremswagen, jetzt könnte was gehen. So, das ist also Todi Kürn, Team Sonnenspec. Mit dem Maiser Jäger. Er wollte ganz hoch Burkhorn, schönen großen Gang fahren, das habe ich auch so gesehen, denke auch. Und hier ist Carola von Hüchten. Und hier geht's in die nächste Runde mit Jogi Sievers Rollschirm. Auf geht's! Jogi Sievers Rollschirm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es wird auch eben geguckt, ob der Notstopp gut befestigt ist. Was ist ein Notstopp? Vor dem Turbo, wo der Turbo die Luft rein saugt, hängt eine Klappe. Und wenn was passiert, können die auf dem Bremswagen die Klappe zumachen, dann stirbt der Motor. 2000 PS spielen jetzt mit dem Blue Final. So, schon mal vorsorglich an alle Helfer. Wir müssen die Bahn abdecken. Meister Jäger hier vielleicht im Finale, aber da muss jetzt alles passen. Und Tobi Köhnen, Meister Jäger. Ja, Sie haben Ihnen ein bisschen weniger Dieselmenge gegeben. Und diesmal ist es, Alves Siebers, zweiter Durchgang. Ja, er stirbt die Nacht am Bahnende, macht da mal ein bisschen Feuer. Und dann klappt er los. 1500 PS, Jäger los. Und Applaus. TV-Freaks, die die Ludolfs da natürlich über Jahre verfolgt haben. Hier ist er heute nochmal zu sehen. Peter Ludolf, der wird es noch einmal hier rumgefahren. Und zeigt sich nochmal den Fans des Traktor-Pullings. Und da sind ganz bestimmt noch einige Ludolf-Fans dabei. Da bin ich absolut sicher. Ja, und wir kommen jetzt zum Finale der 5,5-Tonnen-Sport-Konkurrenz. Und Torsten Schmitz macht den Anfang auf Mr. Fergie. Team Sunspec. Und so viel Feintuning gemacht, dass die bei 700 PS sind. Und man kommt jetzt sogar von 800 PS auf den O-Shift. Und der O-Shift hält bei. Das ist zum nächsten Set.